Sie liefert uns Geheimnisse aus der Regierung und das seit zehn Jahren. Hast du eine Ahnung, wie lukrativ es für uns ist? Möchtest du mir was erzählen? Nein. Heute Nacht wurde ein Mann in South Bank ermordet. Bin ich schuld an seinem Tod? War ich das Ziel? Vielleicht hast du dich kompromittiert. Höchste Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hallo, Darling. Eine perfekte Shotgun! Ja, ich hatte nur die. Danke, dass du gekommen bist. Wenn es nicht um sie ging, wäre ich nicht hier. Versprich mir, dass du meine Familie beschützen wirst. Und dafür sorgst, dass ich weiterlebe. Damit ich rausfinden kann, wer ihn umgebracht hat und wieso. Sodass ich mich rächen kann. Die Sache ist größer, als wir dachten. Sie haben mit Gewalt gegenüber meiner Familie gedroht. Und wenn ihnen ihr Leben lieb ist, machen sie das nie wieder. Du hast ein warmes Herz und Blut an den Händen. Das ist keine gute Kombination. Das wird schon wieder. Wahrscheinlich. Ich hab da oben was vergessen. Es gibt doch so'n Spruch von wegen Rückkehr zum Tatort. Warte mal, wie war das noch? Sollte man es machen oder nicht? Das war ja sehr tiefgreifend. Vielen Dank. Ich bin hier, damit du am Leben bleibst. Nicht um dich in eskalierende Schießereien zu verwickeln. Wenn du mich davon abhältst, bringe ich dich sofort um. Wir haben noch zu sehen. Das war ja. Wir werden nicht um dich. Ich bin hier. Nein. Vielen Dank.